Achso, und das hätte ich nicht hingekriegt. Dreimal auf den Knopf drücken oder was? Würdest du mich eigentlich verarschen? Dreimal auf den Knopf drücken? Ja. Ach, den darf ich jetzt drücken, ja? Davor dürfte ich nichts drücken. Da wolltest du alles machen, da wolltest du der Mann sein hier. Oh, schöne Fahrstimmmusik. Okay. Quatsch, der macht das gut für seine Zuschauer. Ja, man muss ja halt die Zuschauer auch ein bisschen unterhalten immer, ne? Das ist halt immer sehr wichtig. Man muss halt auch ein bisschen entertainen. Aber das mit der Angst ist wirklich nicht gespielt. Das muss ich leider dazu, auch wenn ich gerne sagen würde, dass es gespielt ist, aber ist es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Schade, dass du bei dem Spiel nicht dabei wärst. Kolat. Das war auch sehr interessant. Das Horror-Game. Das hat nämlich auf einer wahren Begebenheit beruht und das haben wir letztens erst durchgespielt. Das war auch sehr cool. Kann man sich aber hier auf den Twitch-Kanal auch gerne angucken. Ist nämlich bei Highlights. Dort wirst du diese ganzen Folgen finden von Kolat, dem Horrorspiel. Und dann kannst du dir auf alle Fälle gerne mal anschauen. Da gab es ein paar coole Sachen, muss ich sagen. Und das Coole ist halt bei diesem Spiel gewesen, dass es halt auf einer wahren Begebenheit beruht und das ist immer sehr interessant, finde ich. Bei Horrorspielen, die auf wahren Begebenheiten beruhen. So, gibt's ja... Was ist das? Achso. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir Jungen sicher. Die haben Knarren, Alter. Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe. Du machst mich nervös. Die haben Knarren. Die Station ist wie ein Friedhof, oder? Ich werde vorbeischauen. Danke, danke. Na ja, klar gibt's Ärger. Naja. Drinnen in das Loch. Ich wollte immer so gerne mit einem Mann in ein Loch. Das ist so anziehend. Das ist so sexy. Ein Kriechner Mann mit einem Arsch in dem Gesicht. Nette Typen wie ich. Hm. Aber meistens ist ja auch das immer so, in Filmen, dass der dir hilft. Am Ende immer stirbt, ne? Ich glaube, der kriegt gar keinen Platz auf dem Raumschiff. Der wird wahrscheinlich draufgehen, der Junge. Sie leben hier? Na ja. Was man Leben nennt, der. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Na viel war ja hier nicht. Also viele Ressourcen waren hier nicht, mein Freund. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Boah, der ist sich aber gut eingerichtet, ne? Dafür, dass... Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Ah, Taschenlampe. Nehmen Sie genug Batterien mit. Wo ist die Taschenlampe? Hast du denn hier gesagt, Taschenlampe? Ah, hier. Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe. Sieht aus wie ein Walkie-Dawki oder sowas. Bin gespannt. Muss jetzt wieder gehen. Tschüss. Hau rein, Mina. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Bis demnächst. Vielleicht kommst du ja wieder... Vielleicht kommst du ja wieder... Vielleicht kommst du ja wieder... Vielleicht kommst du ja nachher wieder vorbei. Ich weiß zwar noch nicht genau... Ah, okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie lange wir noch machen. Da ich ja morgen wieder arbeiten muss. Vielleicht zum nächsten Speicherpunkt noch und dann werden wir wahrscheinlich auch aufhören. Ach ja, du redest du nun aber dann beschweren, wenn sich mich würde mit deiner Freundin treffen. Zum Leven. Hahaha. Jaja. Aber wir müssen auf alle Fälle nochmal Dragon Ball spielen. Also da müssen wir halt nochmal dranbleiben mit diesen Leven und sowas. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Hier ist ein Lüftungsschacht noch. Hier ist eine Karte, ne? Hm. Die Taschenlampe ist ganz gut, ne? Batterien sind immer wichtig. Ja, ich auch. Ah, den hat er doch markiert. Die Taschenlampe irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Naja. Das geht. So, ich wollte mich kurz nur nochmal umschauen, ob hier irgendwas noch ist. Oh, hier ist nichts mehr. Ne. Los jetzt. So, dann mal rein in die Hürde, wa? Hab noch zwei Minuten. Hahaha. Warum? Was ist los? Musst du, ähm... Was meinst du mit zwei Minuten? Da ist ein riesen Patch gekommen von Dragon Ball? Okay. Muss ich auch nochmal reinschauen, dann. Warum nur noch zwei Minuten, Mia? Wie alt bist du denn eigentlich, Mina? So kommt man hier von A nach B? Also, falls man das fragen darf. Manche... Möchten ja nicht unbedingt ihr Alter preisgeben. Aber das ist natürlich krass, ne? Man sucht halt ein Spiel und dann... Findet man jemanden, ne? Das ist halt wirklich Zufall, sowas, ne? Oh, da sind sie, da sind sie. Soll ich mal Taschenlampe anmachen, dass sie uns sehen? Bestimmt witzig, oder? Das stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass wir sauer sind. Ich bin zwölf. Oha, okay. Hat deine... Achso, dann musst du wahrscheinlich ins Bett, ne? Oder? Mit zwölf. Spielst du denn selber auch schon Horrorspiele? Oder ist das jetzt nur so, weil du zuschaust gerne? So, da wäre der Speicherpunkt. Okay. Okay, das wird jetzt heikel. Das wird jetzt heikel. Ich werde mal abspeichern. Ähm, dann würde ich sagen... Hören wir an dieser Stelle mal auf. Dann würde das mit Mina auch gerade passen, ne? Wir wollten ja mit diesen einen Typen... Ähm... Was wollten wir überhaupt machen? Wir sind hier durch die Luftschleuse. Ich habe hier gespeichert. Irgendwas wollten wir machen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Was wollten wir denn machen? Achso, guck mal. Das sind die ganzen Archive, die kann man auch nachlesen. Guck mal. Hier gibt es sogar einige Informationen über diese Mitmenschen hier. Ja, moin. So, das ist der... Gehen sie mit Exe zur Transition Station. Exe wird sie durch das Termin und einer Transition führen. Von wo aus sie zur Kommunikationszentrale gelangt? Okay. Also wir müssen zur Kommunikationszentrale. So, zu Kochi natürlich. Von dem Bild war sehr cool. Also man hat wirklich gesehen, dass Jojo, dieses Anime-Format, doch recht... Ähm... Feminin ist. Ich spreche jetzt mal... Feminin aus. Man kann ja nicht genau sagen, dass es schwul ist. So, und hier sind... Genau, hier sind wir... Ah, genau. Hier sind wir stehen geblieben. Genau, genau, genau. Ich wollte mich nämlich hier runterschleichen. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier nicht unsere Vorräte drüben. Nicht auf jeden schießen. Das gibt es da eigentlich hier. Ankommen. Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Diese Tür. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Ah, okay. Der Generator. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast du dich ein bisschen... Hast du dich ein bisschen ausgelassen an den Vorräten, oder? Was zum Henker soll das denn heißen? Okay, wir müssen da hinten lang. Hey, du war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Das war ich nicht. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Niemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären nur... Verdammt. Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ach, da war ich gerade. Augen auf. Haltet mal die Klappe bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Wer ist denn der Chef? Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein. Jemand ist hier. Sehen Sie mal nach. Kommt mit. So, ich versuche natürlich jetzt irgendwie da durchzukommen. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber das war deine Idee, nicht meine? Wer ist da? Kommt hier raus, dann tun wir ihnen nichts. Da ist doch niemand. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? Oh oh. Vielleicht eine Ratte hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Eine Ratte. Muss eine verdammt große Ratte gewesen sein. Ich weiß doch auch nicht. Irgendwer. Was zum Teufel war dann? So, wir sind einfach mal vorbeigerannt. Scheiß was drauf. Wo ist denn ein Echse? Ach, da ist er ja. Echse. Einfach vorbeigerannt. Hier lang. So. Muss ja mal. Man darf ja auch mal was sagen, oder? Man darf ja auch mal seine Meinung äußern. Man muss ja hier nicht immer alles gut finden. Man muss auch mal sagen, nee, Leute, es ist scheiße. Ich hoffe, dass man alles wieder sieht und alles hört und alles wunderbar ist. Ich begrüße auch erstmal Florian am Start. Ich dachte, du wolltest saufen, aber anscheinend hast du doch eh Bock. So, wir werden erstmal speichern. Wir haben nämlich das erstmal überlebt. Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich sogar da gestorben. Ich meine, da haben die glaube ich auf mich geschossen und so weiter. Ja, aber normal ist das nicht, wenn man Geld zahlt. Ne, normal ist es auch nicht. Wenn man Geld dafür bezahlt, sollte es nicht die Regel sein. Aber man könnte natürlich auch das bemängeln. Das Problem ist halt nur, dass die Dennen... Ich versuche gerade eine Unterhaltung zu führen, Axel. Kannst du mal eigentlich die Klappe halten? Danke. Der wird wahrscheinlich nicht die ganzen Leitungen neu machen. Nur damit ich hier schönes Internet habe. Das kannst du knicken. Ja, wenn hier unsere Mitbürger wahrscheinlich besseres Internet haben wollen. Dann würde wahrscheinlich was laufen. Aber so nicht. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Wieder einen neuen Terminal. Ja, kenne ich. Hatte es damals bei Telekom auch. Ne, ich weiß nicht. Also ich bin von Vodafone zu Telekom gewechselt, weil Vodafone ja nicht diese Leistung hatte. Ich war sonst immer zufrieden mit Vodafone. Bin jetzt aber gewechselt zu Telekom, weil die mehr Power hatten hier an diesem Standort. Aber ich hatte bei Vodafone nicht so viele Systeme, also nicht so viele Internetprobleme, jedenfalls nicht jeden Tag, dass ich hier irgendwie Probleme mit dem Internet habe. Das hatte ich nie so krass. Ja. So, ein Auge zudrücken. Es habe endlich was erwähnte Zeug ergattert. Der Schief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seine Truppe gesagt, sie sollen fünf gerade sein lassen. Die sind wahrscheinlich sowieso sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. Zwei Mann Regeln. Niersten, Leonard, Sie haben die erste Schicht an der Tür aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keine Einbrecher. Nur weil Sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der Zwei-Mann-Regel. Will heißen, man muss das Tor von zwei verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Was? Achso, kennen sich nicht. Das ist also die sichere Art dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie nicht während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweils anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Das geht nur für uns und sonst niemanden. Egal wie Sie haben entbettet, was für eine herzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als Einziger übrig. Vertrauen Sie niemandem. Joe. So, Inventar. Inventar, nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder aus der Liste abgehakt werden. Aspirin 4. Konserven 32. Müsli. Sechs Packungen Wasser. Vier Gallionen. Zahnpasta. Zwölf Tuben. Zigaretten. Drei Stangen. Oh, Toilettenpapier. Toilettenpapier ist sehr wichtig. Ihr wisst. Pandemie. Corona. Toilettenpapier ist sehr wichtig. Darum gibt es auch 26 Rollen. Ja, das ist sehr wichtig. Wenn man kacken muss, dann braucht man gewisse Rollen. Wenn man die nicht hat, dann gibt es richtig Ärger. Denn rasten die Menschen nämlich aus. Jedenfalls, Klopapier ist sehr wichtig. Darauf wollte ich hinaus. Klebelwand. Sechs Rollen. Medikets. Zwei und Mulchpöver. 52. Was wollen Sie mit Mulchpöver so viel? Naja, egal. Notiz. Munition neigt sich dem Ende so. Ihr konntet ein paar Medikamente schnappen, als die selbe Person abreißte. Ne, adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Alles klar. So, Inventar auch abgecheckt. Klopapier. Ihr habt gesehen, Klopapier ist sehr, sehr wichtig. So, wir nehmen noch ein paar Teile mit am Start. So, Excel. Machen wir jetzt hier. Attacke. Klopapier nicht oft total bekloppt. Ja, der ist richtig bekloppt. Also, ich kann, ich kann es. Ah ne, ich muss hier lang, ne? Ne, ich bin davon gekommen. Ne, ich bin hiervon gekommen. Also, wie gesagt. Das ist total bekloppt. Aber die Einzigen, die das halt ausbauen müssen. Kann man hier nichts machen. Warum ist hier eine unsichtbare Wand? Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Das ist scheiße, Dinger. Mach mal an hier. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Ja toll. Und wenn die Typen kommen, was mache ich denn? Dann bringen die mich um. Lauter Geräusche hier. So. Und los. Fertig. Auf drei. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Attacke. Hinter dir. Hinter ihm. Was? Hinter dir, Dinger. Oh oh. Retten sie, Echse. Ich komme, ich komme, Echse. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los. Verdammt. Das hier ist... So du Penner. Oh nein. Oh. Kopfschuss. Das war es. Kopfschuss. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ja. Renn doch mal. Ich glaube, er ist tot. Nein, der ist nicht tot. Der schläft nur. Der ist im Kummer. Alles gut. Hä? Ah. Katzen. Der ist nur im Kummer. Da brauchst du Gedanken. Sie haben ihn getötet. Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Na. Er oder ich. Es gibt nur eins. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ja, das ist Blut. Oder? Ich höre was. Ich höre auch was. Axel? Von oben. Pass mal auf. Scheiße. Was ist das denn? Spucke. Da ist das Alien. Ach du Scheiße. Echse? Wir müssen weiter. Echse? Echse? Echse lebt nicht mehr. Scheißen Dreck. Jetzt ist das Alien natürlich am Start. Ach du Scheiße. Kommt man hier rein? Ne. Ich weiß nicht wohin. Achso. Das ist so ein Fahrkarten Dings. Okay. Hä? Ne. Ich komm nicht. Ich kann nichts machen. Ach doch. Guck mal. Da ist was. Ich weiß ja nicht ob das. Ob das Vieh halt irgendwann mal kommen. Ne. Ob das. Kann ich hier rein? Achso. Der kommt. Ach du Scheiße. Ne. Ich hab. Ne. Oh. Puh. Mach mal hinten. Hinten. Mach mal Lack jetzt hier. Alter. Mach mal bloß hinten. Was ist das für ein scheiß Fahrstuhl alter. Der so lange braucht. Alter Schwede. Na jetzt aber mal. Nein. Da ist es. Nein. Ach. Fuck off. Da ist das Dreckvieh. Da hat es mich schon gekriegt. Und hat es mich getötet. So. Das ist das Dreckvieh. Das ist das Dreckvieh. Das ist das Dreckvieh. Bis zum nächsten Mal.